Das Europa-Reservat unterer Inn ist vor allem für seine reiche Vogelwelt bekannt. Hier tummeln sich über 300 Vogelarten. Wanderungen am unteren Inn bei St. Peter sind deshalb ein besonderes Erlebnis. Ein dichtes Wegenetz führt kilometerweit über die Dämme und durch die unberührten Auwälder. Aussichtspunkte laden zum Rasten und schauen ein, Fernglas nicht vergessen. Je stiller und unauffälliger sie sind, desto mehr werden sie beobachten können. Ein besonderes Highlight ist der Blick auf das Schloss Hagenau in der Hagenauer Bucht.